Musik Schön, dass du eingeschaltet hast, hier Oxygen 187 So, ich hab für euch ein neues Video In diesem Video geht es darum, dass du einen Sakko tragen kannst, ohne irgendwas drunter anzuziehen Also sprich, kein BH, kein Bikini, kein gar nichts Einfach nur blank und ihr habt oben drüber einen Sakko Dieses Video ist für Leute, die es nicht wissen, für Leute, die es wissen Sollen sie einfach anschauen, unten ein Like da lassen Oder wenn es denen nicht gefällt, sollen sie es einfach lassen Okay, kommen wir zum Video, let's go Als allererstes müsst ihr in ein beliebiges Bekleidungsgeschäft Es ist scheißegal, welches Bekleidungsgeschäft Es geht mit jedem Bekleidungsgeschäft Seid ihr drinnen, geht ihr an die Kasse und geht in die Kategorie Outfits, geschäftliche Hosen Mein Problem war, weil ich gedacht hab, dass er bei der ersten Kategorie habe ich geschaut Aber dabei war es bei der zweiten Kategorie Seid ihr bei der zweiten Kategorie angelangt, also sprich Outfits, geschäftliche Hosen Wählt ihr dieses Outfits Freigeist Habt ihr Freigeist gekauft, geht ihr einfach unter dem Stand Oberteile Wählt ein Sakko aus und voila, ihr seid untenrum komplett blank Also unter diesem Sakko, nicht unter der Hose Sondern unter dem Sakko Und es schaut ganz cool aus Ihr habt kein BH unten drunter Beziehungsweise ein Bikini Und ich persönlich finde es schaut richtig sexy aus So, ich hoffe es hat euch gefallen dieses Video Wenn ja, lasst ein Like da Und wie gesagt, jeder Like, jeder Abonnent motiviert mich mehr Videos hochzuladen Peace Outfits, mein Name ist Oxygen Ciao, bis zum nächsten Mal Oxygen Reduction Oxygen Reduction Oxygen Reduction Oxygen Reduction Oxygen Reduction 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 Red Oxygen Reduction Subtitulado por Jnkoil